ja leute da bin ich wieder ich bin jetzt ein bisschen turig unterwegs hier ein bisschen rumknattern gerade bei lange gewesen frühstücken bis ich eine gute lösung gefunden habe wie ich das mit dem mikrofon mache und so weiter werde ich jetzt immer so kleine stops machen und da dann halt immer ein bisschen was erzählen und ja jetzt geht es erstmal nach möbel boss ein bisschen gucken möchte ein bisschen möbel kaufen und gucken uns das ganze noch mal an fahren noch mal ein bisschen los hier so oder 1 hier noch die 4 Das lassen wir mal so. So, ab dafür. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.